sichere identitäten sind die kernkompetenzen der bundesdruckerei das unternehmen schützt mit technologien und dienstleistungen made in germany sensible daten kommunikation und infrastrukturen die lösungen basieren auf der sicheren identifikation von menschen maschinen und objekten in der analogen und digitalen welt die bundesdruckerei hilft bei der gestaltung des digitalen wandels und sorgt dafür dass unternehmen behörden und staaten auf den schutz persönlicher identitäten vertrauen können seit dem jahr 2000 produziert die bundesdruckerei euro banknoten außerdem ist sie vertrauensdienstleister rund um das thema banknote von der produktion der banknoten über sicherheitsfunktionen sensoren und tinten herstellung bis hin zu design und herkunft die bundesdruckerei bietet eine hochmoderne produktion made in germany und gewährleistet einen 360 grad ansatz um eine ganzheitliche lösung für regierungen zentralbanken und privatunternehmen bereitzustellen seit mehr als 250 jahren werden im herzen berlins im staatlichen auftrag ausweise banknoten und wertdokumente hergestellt und das technologisch und wissenschaftlich stets am puls der zeit das unternehmen entwickelt sich stetig weiter und ist auch im internationalen banknotengeschäft seit vielen jahren erfolgreich tätig der wandel zu einer digitalisierten mobilen gesellschaft ist heute allgegenwärtig mit der bundesdruckerei haben sie einen partner der sie auf dem weg in eine sichere digitale zukunft begleitet